Guten Tag, meine Damen und Herren. Heute sprechen wir Deutsch und lassen wir sprechen über Politik. Heute ist das Thema die Wiederherstellung und Wiedererschaffung eines Deutsches Reiches. Einen neuen Deutsches Reich, nicht die frühere Deutsches Reich von Adolf Hitler, nein, eine neue Version, Edition. Verstehen Sie? Sehr gut. Mit diesem Deutsches Reich muss der Deutsche Reich die ganze Welt herrschen. Spezifisch Europa und Nordamerika. Ich habe große Traume, Träume. Ich hatte große Traume, was ich tun möchte. Und ja, ich habe einen Traum. Das könntest du, äh, das könntest du ganz ehrlich sagen. Was ich will mit meinem Leben, was ich will mit meinem Land, mit meinem, ja, mit meinem Land. Und was ich erreichen will. Und ja, ähm, ich möchte, äh, auch sagen, wenn Sie unter diesem Video schauen, dann findest du eine Linke. Und die Linke wird euch durchleiten, wird euch durchgeleiten nach einer WhatsApp-Gruppe. Und daher wird Deutsch gesprochen und geredet über eine Wiederherstellung deutsches Reich. Und ich, ähm, versuche euch, auf die Linke zu, ähm, zu klicken. Einen Moment. Und hoffentlich sprechen wir über die Zukunft Deutschlands. Ich würde sehr gerne sagen, bis bald und ich, hoffentlich sehen ich euch auf der WhatsApp-Gruppe. Ich danke Ihnen für Ihre Anwesigkeit. Und, äh, ja, ich danke Ihnen, dass Sie dieses Video hat geschaut. Ähm, bis bald und bis in die Zukunft. Dankeschön.